Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wenn du eine Suzuki GSX-8S fährst und auf der Suche nach einem stylischen Upgrade bist, das dein Bike optisch aufwertet, dann habe ich etwas für dich, den Flyscreen von Materia. Mit seinem modernen und sportlichen Design fügt er sich nahtlos in die Linienführung deiner GSX-8S ein und verleiht dem Bike einen noch aggressiveren Look und verdeckt die meiner Meinung nach nicht so gut aussehende Halterung für den Tacho. Auch wenn der Flyscreen den Fahrtwind nicht spürbar reduziert, steht die Optik hier klar im Vordergrund. Ein großer Pluspunkt ist die einfache Installation. Der Flyscreen kommt mit einer passgenauen Halterung und lässt sich in wenigen Schritten ohne spezielles Werkzeug anbringen. Hierzu musst du nur die zwei oberen Schrauben der Tacho-Halterung lösen und mit den originalen Schrauben einfach die Halterung für den Flyscreen befestigen. An der Halterung selbst wird dann der Flyscreen mit vier mitgelieferten Schrauben befestigt. Die gesamte Montage schafft wirklich jeder und ist in ein paar Minuten erledigt. Wenn du also nach einem optischen Upgrade für deine Suzuki suchst und dein Motorrad noch markanter gestalten willst, dann ist der Material Flyscreen genau das richtige Zuge für dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonnier den Kanal. Den Link zum Flyscreen findest du unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!